Die Privathaftpflichtversicherung ist vermutlich die wichtigste Versicherung. Sie ist relativ günstig und schützt dich aber vor Schadensfällen, die richtig teuer werden können. Und das Beste, wer sie abschließt, handelt nicht nur verantwortungsvoll, der wird auch noch belohnt. Hey, ich bin Carlo und ich erkläre dir, was du beachten musst, um deine Haftpflichtbeiträge in deiner Steuererklärung geltend zu machen. Stell dir vor, du läufst auf der Straße und übersiehst, dass die Ampel rot ist. Ein Auto muss bremsen, ausweichen, es kollidiert mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer ist verletzt und kann mehrere Wochen nicht arbeiten. Und du musst für alle entstandenen Schäden aufkommen. Für die Reparatur des Fahrzeugs, die kaputte Laterne, den Verdienstausfall des Autofahrers und natürlich für seine Krankenhauskosten. Das kann dich ruinieren. Aber keine Panik. Hast du eine Haftpflichtversicherung, dann kommt sie für alle Sach- und Personenschäden auf. Und sie kommt auch für die Kosten von Vermögensverlusten auf, wie sie zum Beispiel durch Arbeitsausfall entstehen. Unfälle passieren täglich und jeden kann es treffen. Dass du dich und andere so gut wie es geht aber absicherst, das wertet der Staat als Vorsorgeaufwand. Und honoriert es, indem du diesen Vorsorgeaufwand in deiner jährlichen Einkommenssteuererklärung geltend machen kannst. Das geht sogar ganz einfach. Du trägst die Versicherungsbeiträge in der Anlage Vorsorgeaufwände ein, in den Zeilen 46 bis 50. Fertig! Auf diese Weise kannst du übrigens auch andere Haftpflichtversicherungen absetzen. Zum Beispiel die Tierhalterhaftpflicht für Hunde und Pferde, die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, die Bauherrenhaftpflicht, die Jagdhaftpflicht, die Bootshaftpflicht und die Gewässerschadenhaftpflicht. Eines ist dabei allerdings zu beachten. Die Vorsorgeaufwendungen sind nicht unbegrenzt absetzbar. Es gibt Höchstgrenzen dafür. Angestellte, Beamte, Rentner und Pensionäre können maximal 1.900 Euro pro Jahr absetzen. Selbstständige dürfen bis zu 2.800 Euro Geld machen, weil der Staat bei ihnen berücksichtigt, dass sie ihre Krankenkassenbeiträge komplett selbst aufbringen müssen. Und Ehepaare, die ihr Einkommen zusammen veranlagen, müssen eine Höchstgrenze beachten, die sich aus ihren jeweiligen Limits errechnet. Wie viel du von deinen Versicherungsbeiträgen absetzen kannst, hängt natürlich auch davon ab, welche anderen Versorgungsaufwendungen du gelten machen willst. Aber das lässt du dir am besten von deinem Steuerberater aufdröseln. Mehr zum Thema Haftpflichtversicherung erfährst du gleich nebenan auf diesem Kanal und natürlich auch auf unserer Webseite. Hast du Fragen? Schreib sie uns einfach in die Kommentare und abonnier uns gern. Knopfdruck genügt. Auf bald, dein Carlo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020